Wir versuchen unseren Job gut zu machen und wie gesagt wie vorhin, das sind nicht nur wir zwei, das ist die ganze Mannschaft und der Trainer und alle zusammen und wir machen einfach zurzeit unseren Job gut. Wir sind Stürmer, wir leben für die Tore und das hilft auch unserer Mannschaft. Manuel Neuer ist auch ein Welttorhüter und im Viertelfinale sind alle Torhüter gut für mich. Für mich ist das gleiche, ob ich jetzt gegen einen anderen Torhüter spiele oder gegen Manuel Neuer.